Stageteater am Potsdamer Platz, Maleditrichplatz, hier hinter mir. Und Vorhang auf für die Goldene Henne 2013. Heute am 25. September wird Deutschlands größter Medienpreis, die Goldene Henne, verliehen. Mehr als 130 Nominierte konnten sich schon über die begehrte Trophäe freuen. Moderiert wird die Gala von Marco Schreil. Goldene Henne Berlin, Helga Hahnemann, alles ein Begriff? Das ist ein Begriff, ja. Die große Entertainerin hier aus Berlin, leider ja schon verstorben. Ja, ist ein Begriff. 1991 versterbt sie an Krebs, 1995 wurde die Goldene Henne ins Leben gerufen. Und haben Sie persönlichen Favoriten? Tim Bensko, unserem Berliner Jungen, ja. Aha. Und auf den warten Sie jetzt? Den warte ich jetzt hier, ja. Ich erwarte einen unterhaltsamen Abend und ich warte auf keine spezielle Person, sondern genieße das Ambiente, alles drumherum. Ich bin das erste Mal hier. Und wo kommen Sie? Von Köthen, Sachsen-Anhalt. Die ersten Fans stehen schon hier. Auf wem wartet ihr denn eigentlich? Ja, auf jeden Fall erstmal auf die ganzen Prominenten, die heute Abend geladen werden. Zum Beispiel? Das sind so viele, um da jetzt jeden Einzelnen zu benennen, das wäre ja nicht ganz fair. Dann fühlt sich vielleicht der eine oder andere benachteiligt. Also auf jeden Fall die, die Show, Fernsehen bekannt sind. Ich hoffe, dass wir da den einen oder anderen ergattern werden und sehen werden. Till Schweiger? Oh, das wäre gut, wenn ich den mal live sehen würde. Ist er nominiert für eine Henne? Ja, ich weiß. Naja, ich schätze mal nicht, dass ich den heute sehen werde. Er ist ein großer Fan von, also ich bin ein großer Fan von ihm. Seine Spielfilme, wie Coco Wee und so, finde ich total klasse. Und ich habe diesen Mann noch nie live gesehen. Also es wäre schon gut, wenn ich den mal hier vor das Gesicht bekommen würde. Jan-Josef Liefers. Nominiert für eine Henne? Ja, glaube ich, denke ich schon. Sie, Sportmann? Kein Sportmann, Barbara Schönebäuer. Würde mich eher so mal persönlich kennenlernen oder zumindest sehen vom Weiten. Golde Henne 2013, hier in Berlin, auf wen warten Sie? Ich schaue es mir mal an und schauen wir mal, welcher Gockel den Hahn kriegt. Jetzt kommt der Süße. Wer hat denn das gesungen? Die Helga Hahnemann. Genau. Kennen Sie sie persönlich? Nein. Aber von wo kommen Sie? Von Drusetal. 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 Ja. Haben Sie persönlichen Favoriten hier, auf denen Sie heute warten? Ja, die Ute Freudenberg, weil die ja auch von Thüringen ist. Und die Andrea Berg natürlich. Bei ZDF und ARD sitzt man ja angeblich in der ersten Reihe, in diesem Fall die Fans in der zweiten. Von wo kommen Sie denn eigentlich? Golde Henne, Berlin 2013? Ja, wir kommen nicht aus Berlin, aus der Nähe von Berlin, in der Nähe Dresden eher. Ja, aus Elsterwerda. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Städtchen was sagt. Haben wir schon von gehört. Jetzt Golde Henne 2013. Haben Sie persönlichen Favoriten? Einen persönlichen Favoriten im Sport? Die Andrea Lesicki. Da hoffe ich doch, dass sie den Preis gewinnt. Würde ich ihr gönnen, von Herzen. Ja, und ansonsten mal schauen. Keinen besonderen Favoriten. Dann wünschen wir weiterhin viel Spaß. Vielleicht ergattern Sie an Autogramm. Vielen Dank. Golde Henne 2013, jetzt in Berlin. Sie kommen ja nun auch aus der Ecke da, aus einem kleinen Städtchen, was wir jetzt verstanden haben, wo es liegt. Ja, haben Sie persönlichen Favoriten? Ja, Jan Josef Fliefers, Tatort und so. Ich sehe gerne Krimis, lese gerne Krimis. Ja, das ist so mein Favorit. Wer war in der Kategorie Gesang? Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde ja die norddeutschen Jungs total toll. Denen drücke ich jetzt ganz, ganz doll die Daumen. Santiano, weil wir haben uns jetzt schon so oft getroffen und die haben es verdient. Die sind echt immer am Ackern. Und so wie die einen Startschuss nach oben hatten, die packen das. Es ist total schwierig für Sie hier zu arbeiten. Warum hat man Ihnen denn keinen Platz in der ersten Reihe gegeben, wenn Sie vom Berlin-Fernsehen kommen? Weil ich leider nur Gebühren bezahle. Okay, aber lassen Sie doch vielleicht den Herren hier erst ein Bild machen. Und wenn er das Bild zu Ende gemacht hat, dann ist Ihr etwas kleinerer Kameramann auch nicht mehr dem größeren Fan erlegen. Wir werden drüber nachdenken. Haben Sie persönliche Favoriten, Herr Schreil? Ich habe immer persönliche Favoriten. Ich kann nur gerade nicht drüber reden, weil ich ja schon mehr weiß als alle anderen. Dann wünschen wir viel Glück und gute Tour und alles Gute. Und Ihren Kameramann wünsche ich für den nächsten Einsatz schlicht und ergreifend irgendwie so eine kleine Fußbank. Der tut mir nicht leid. Oder eine Nahkampfausbildung. Ja genau, schönen Abend. Kurze Frage. Goldene Henne. Haben Sie persönliche Favoriten? Ja, es gibt einige Kollegen, denen ich ganz besonders die Daumen drücke. Aus ganz persönlichen Gründen, weil ich mit einem Nominierten sehr, sehr, sehr gut befreundet bin. Wer ist denn das? Verrate ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß, wer hier für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Und alles andere ist mir fremd. Aber Sie wissen, wo Sie sind? Ich... Weizen-Jug. Ist da mal Platz? Das ist richtig, ja. Ja, naja, warum Bommos erklärt man nicht? Man wirft sie hin, ne? Gut. Ne, ich habe keine Ahnung, wie immer. Ich lasse mich überraschen. Und der eine Herr, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird, den kenne ich schon, das darf man gar nicht sagen, 50 Jahre. Und darüber freue ich mich. Aber ich glaube, ich darf nicht sagen, wer es ist. Versuchen Sie doch uns mal einen Tipp zu geben für unsere Zuschauer. Nein, das darf ich ja nicht. Da ist ja die Spannung weg. Und was machen Sie jetzt persönlich, beruflich? Ich stehe hier bei der Henne-Verleihung. Wie meinen Sie das? Beruflich. Wie geht es da jetzt weiter bei Ihnen? Ah, na wie immer in aller Freundschaft. Kleist fängt jetzt an zu laufen. Dann mache ich Weihnachten irgendwelche Galas. Und ansonsten versuche ich zwischendurch mal ein bisschen auch zu leben. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Caroline Peters. Hallo. Ich wusste es. Haben Sie persönlich Favoriten? Ne, habe ich tatsächlich nicht. Es sind sehr viele sehr gute Leute nominiert, die alle wirklich gute Sachen gemacht haben dieses Jahr. Das war ein sehr gutes Fernsehfilmjahr, finde ich. Das war es auch schon Henne 2013. Das war nicht Kampf der Titan, es war heute Kampf der Fotografen. Und wir gehen jetzt ganz brav nach Hause und wünschen Ihnen, liebe Berlin-Fernsehen-Zuseher, alles Gute. Gute Nacht. Ich erinnere mich an wunderbare Stunden, wo ich Sie kennenlernen durfte. Eine ganz, ganz tolle, verehrungsvolle Künstlerin. Frau Stumpf, einen schönen Abend. Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen. Wir sind nochmal in die tiefe Recherche gegangen und haben festgestellt, die Geburt der Gold in Henne, die ist ganz anders gelaufen.